und darum kann man darauf nicht verzichten und die Arbeit das Geld hat sowieso verdient davon wenn man jetzt rechnen was er an dem Flügelsignal in der Augen gesessen ist also es nimmt schon Zeit in Anspruch ja denke ich auch also wirklich egal wie sie es kosten es ist einfach Geld wert genau die nochmal zu der Barerei 101 von MM2 die denke ich wird auch ein bisschen teurer werden aber es wird es Geld wert sein und die kommt auch in etlichen verschiedenen Lackierungen und ja und die holen ich mir auf jeden Fall allesamt ja was ich auf jeden Fall sagen kann dass die die B kommt und dann noch weitere Lackierungen und Texturen genau würde ihren Job sehen Mühle die dann im Job sehen ja ich habe sie schon gesehen aber die rote sieht also es sehen alle gut aus es gibt ja auch ein Bild auf seiner Webseite ähm ein kleines und ja es sind auf jeden Fall sehr gut gelungen muss man sagen aber mehr darüber auch nicht ich möchte ja nicht dass irgendwer schon allzu viel weiß von der Lok und wir möchten das beide nicht und darum packen wir mal hier lieber die Klappe ja nicht dass es Ärger gibt naja das ist in der Anschluss Mischung und ja was gibt es sonst so neu ist in der EP-Geschichte ja meine ja momentan glaube ich nichts mehr jetzt tun EPX die Fehler beheben sich schon langsam Patch 5 ist in Arbeit und im Test-Erfahrung unterwegs und im Test-Erfahrung unterwegs ähm ja viel bringen tut er wahrscheinlich wieder nicht naja ist halt EPX ist halt EPX ist halt EPX ja so hat es mit EP9 zwar auch angefangen aber EPX hat schon also jedes Spiel läuft nicht kein Spiel läuft normalerweise ohne Patch 1 irgendwie hundertprozentig aber dass ich jetzt sag ähm bei EP war es ja noch nie der Fall gut 9 war auch nicht gerade wenig aber so schlimm wie bei X das ist ein neuer Rekord und ja ja also darum bin ich immer noch ich habe jetzt wieder gehört dass das mit den Bodenplatten nicht funktionieren will teilweise bei manchen bei Roman funktioniert es bei anderen wieder nicht den Namen ich jetzt nicht nennen will aber ich äh bin da ganz zufallsverlässlich dass das noch wird und dann werde ich mir eventuell immerhin ein bisschen auch ohne aber nur in den Mund wenn die viermal alle beworben werden so lang bleiben wir noch bei ist EP9 ja und alle hat ja drauf gehofft EPC wird und das ist ich noch alles aber dann flog man werden ja gar keine CD erst mal ihre Höhle und das war sehr lustig das habe ich im Forum kommen gelesen keine CD nicht ja gut manchmal kann man es übertreiben würde ich sagen ja wenn schon die Registrierung auch nicht funktioniert dann also es hat schon sehr schlimm angefangen solche Fehler dürfen eigentlich gar nicht passieren man kann jetzt von Spielfehlern mal absehen aber dass ich sage ich bekomme keine CD sondern nur die leere Hülse oder ich kann mich nicht registrieren weil das noch nicht funktioniert hat und freigeschaltet war also dann kann man schon an die Grenzen wo der Betreiber wirklich ähm der Hersteller wirklich irgendwie dann sagen wir mal äh ein bisschen übertreibt oder nicht mehr ganz mitkommt also dann geht es schon wieder ab ja also naja aber so wird es auch in EP11 werden denke ich oder wenn es dann war für EP11 soll irgendwie ganz neu das aufgebaut werden ja das wollen sie eigentlich bei EP10 schon machen neues Programm schreiben das wollten sie bei 9 machen aber ja ich muss sagen ich habe keine Bugs in EP9 bis auf das dass es im Moment manchmal abstürzt jetzt mit Patch2 aber das ist jetzt auch schon eigentlich das einzige was ich in EP9 jetzt irgendwie sagen muss das muss gebessert werden ansonsten würde ich jetzt nicht sagen wieso ich ein neues Programm schreiben muss aber man sollte schon mal ein paar neueren bringen weil ja die letzten Jahre 7 8 9 ist jetzt nichts weltbewegendes Neues dabei jetzt in EPX schon wieder einiges mit dem GBS das auch noch nicht funktioniert in keinster Weise und äh ja gut EP10 bringt jetzt schon einiges Neues mit das mit den Omegas und den äh Führerständen ja auch meinen Menschen genau das mit den Führerständen das brauche ich eigentlich gar nicht weil dafür habe ich TS2014 oder PTB2 und mit dem Stellwerk das mit dem Stellwerk finde ich persönlich ganz cool aber ja dass ich jetzt sage ich brauche unbedingt das mit dem Führerständen da kann ich eigentlich drauf verzichten ja weil das ich jetzt sage dass das mit den Stellwerkern irgendwie gut geworden ist da äh mit dem Führerständen meine ich ähm muss ich sagen nein mir gefällt es überhaupt nicht was die da gemacht haben das ist halt typisch EP-Standard man sieht nicht gescheit aus dem Führerständen und so weiter und so fort und wie man es halt kennt der was EPX besitzt der weiß was ich meine manchen gefällt es vielleicht super die noch nie eine richtige Eisenbahn Simulation gespielt haben manche sagen ok es geht manche sagen ich brauche es nicht dazu gehöre ich wenn man die Funktion komplett weggelassen hätte wäre es mir auch scheißegal sein weil vielleicht werde ich die Funktion irgendwann mal vorstellen wenn ich EPX besitzen sollte aber mehr auch nicht aber dann nehmen wir noch weit entferntäckig und damit genug über EPX geschimpft schimpft ja und was gibt es bei dir Neues auf der Online Neu-Bohrkatz BW oder von Karten mit an freundlichen Traum 4 und die Scheiße 10 Minuten zu tun ich hänge jetzt im Grundfeld dran hier 3 Ewigkeiten und baue die Framefresser ein hier und ja die Anlage wird denke ich zur Veröffentlichung gehen bin ich sehr zuverlässig dass das was wird also die Anlage soll veröffentlicht werden wenn es nach mir geht Trend hat ja da eigentlich nicht mitzureden aber das werden wir sehen wenn die Anlage dann mit Signalen und allen ausgestattet ist und richtig gut dann aussieht dann werde ich so 2-3 Varianten machen eine wo ganz viel Grünzeug verbaut ist wie hier jetzt und die Anlage voll gepackt ist voller Framefresser für gute PCs eine wo es so mittelmäßig ist und eine wo eher weniger ist das hier zum Beispiel dann nur flachgrau ein bisschen ist aber ja das wird man alles sehen dann nach und nach aber veröffentlichen werden möchte ich die Anlage eigentlich schon ok du wusstest das glaube ich auch noch nicht weil es am Sonntag nicht da warst in Teamspeak da habe ich das auch erwähnt mehr oder weniger bei der Vorstellung der Anlage bei der weiteren Vorstellung besser gesagt wenn man es genau nimmt ja dann schiebe ich hier mal meine Bogenplatten wieder hin genau und fangen dann hier schön langsam bald mit dem Kulissenbau an von ich bin es jetzt wieder EEP oder was spinnst du jetzt wieder EEP oder was ja wenn EEP schon zu spinnen anfängt dann würde ich sagen wir haben jetzt schon über 20 Minuten aufgenommen das heißt ich verabschiede mich hiermit in Folge 3 und wir sehen uns wieder in Folge 4 von Let's Play The Better EEP und bis dahin noch weitere schöne EEP Tage und bis denne Tschüss